Ist das... Leon? Sherry? Was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Ich muss es essen. Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Vorsicht! Leon, beim Flugzeug! Wir schon wieder! Ihr Freund? Wir wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Man gewöhnt sich dran. Achte auf deinen Arm! Okay. Wir wählen max Ladder! Alsoủizbecause. Tänz ihnen glänze! Es gehtalkom I 18-85ise Haus! ставiere Tänzungen zu starken. Da ist keiner die Strada 2015. Der Titel war. Er ist nurжente. Temold der候, dass mim wird es in Raccoon für runterfl squeezing. Ich nehme mich also für 40 Regen. Gott machtざ Aubinh! Kosten, indem wir so Buch und tutبد. Das ist unsere Chance. Los! Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Ich glaube, das geht. Sherry, gehen Sie ans Steuer. Okay, bevego. Roger! Wieso stirbt er denn nicht? Hören Sie bloß auf! Vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Das ist unsere Chance. Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Wie konnte er gehofft, sie übertreiben? Leider nicht. Trotzdem sollten wir es ihm nicht zu leicht machen. Geh! Das war's für heute. Wir begeben uns zum Kuh-Lung-Belding in Ku-Tcheng. Dort treffe ich mich mit Simons. Sherry, hören Sie! Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Hey! Wenn er nur halb so gut ist, wie du sagst, schafft er es. Okay? Das stimmt. Vereilen wir uns. Das stimmt. Das stimmt.